Mein Name ist Mustafa Öztay, Alter 18, Position Tor-Spieler, bisherigen Verein in der TSV Neuholm und jetzt ist es, glaube ich, 1846. Und persönliche Ziele wären natürlich Profispieler, wo so weit oben zu spielen, wie es nur geht. Und Ziele mit der Mannschaft natürlich ganz weit oben zu stehen, am Ende ist es so.